So, ein letztes Video noch aus dem kleinen mobilen Immocation Studio hier, ohne dass wir den Green Screen Back machen. Zukünftig dann wieder nur noch in gewohnter Optik. Heute aber eben das fünfte Video. Wir werden euch jetzt verraten, wie ihr an der Immocation Masterclass teilnehmen könnt. Das kann man nämlich seit heute tun. Und wer jetzt nicht weiß, was die Immocation Masterclass ist oder nicht weiß, wo die Reise hingeht mit Immocation 2.0, das ist das fünfte Video einer Serie, in der wir genau das verraten. Die anderen vier könnt ihr auch anschauen. Das Archiv ist unter dem Video verlinkt. Und dann, ja, wir haben im vierten Teil sehr, sehr genau erklärt, was die Immocation Masterclass ist. So, und jetzt könnt ihr erfahren, jetzt werdet ihr erfahren, wie ihr teilnehmen könnt. Zuallererst fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, für wen ist die Masterclass und für wen nicht? Die Masterclass ist für dich gedacht, wenn du dich wirklich entschieden hast, dass du Vermögensaufbau mit Immobilien umsetzen willst. Und zwar in Form von Direktinvestitionen, also wenn du wirklich Immobilien finden und erfolgreich kaufen möchtest. Und du musst bereit sein, dafür Zeit zu investieren. Die Teilnahme an der Masterclass wird dich Zeit kosten. Wir haben sehr, sehr viele Inhalte vorbereitet, die sehr, sehr wertvoll sind und dich eben in die Umsetzung bringen können und auch wirklich sollen. Aber damit du die Chance hast, in dieser Zeit wirklich so nah wie möglich an den Kauf einer Immobilie zu kommen oder es tatsächlich zu tun, musst du bereit sein, in der Masterclass wirklich Zeit zu investieren. Alles andere macht eigentlich keinen Sinn. Ja, wir werden es gemeinsam rausfinden vor der Masterclass, ob eine Teilnahme für dich im speziellen Sinn macht. Ganz wichtig ist für uns noch, wir können natürlich das nur mit Leuten machen, die auch wirklich eine Eigenkapitalbasis haben, eine Immobilie zu kaufen. Die muss überhaupt nicht riesig sein. Wir reden immer davon, dass man mit 20.000 Euro wunderbar starten kann. Wenn du kaufst, eine kleine Wohnung, das ausreichend. Aber 0 Euro auf dem Konto macht keinen Sinn. Also selbst wenn man das Harakiri-mäßig irgendwie hinbekommt, das Risiko ist aus unserer Sicht viel zu groß. Ihr braucht einfach ein bisschen Geld, um einen Vermögensaufbau starten zu können. Ansonsten gibt es einen Haufen genug andere Tipps und Material in der Immocation Community, was man auch mit weniger Geld schon tun kann. Aber die Masterclass ist nur für Leute, die es auch wirklich finanziell dann umsetzen können. Ja, und wenn du jetzt da stehst und du hast bereits 30 oder 40 Immobilien und denkst gerade darüber nach, wie du jetzt das nächste Mehrfamilienhaus erfolgreich kaufen und komplett sanieren kannst, da wirst du wahrscheinlich auch etwas lernen in der Masterclass, aber eigentlich ist sie nicht für dich gebaut. Gemacht haben wir sie für all diejenigen, die noch keine Immobilie gekauft haben, aber diese Entscheidung eben getroffen haben oder die ersten paar Immobilien gekauft haben und jetzt verstehen wollen, was es alles noch besser zu machen gibt, wie man auch heute noch neue Immobilien finden kann und wie man eben über Bestandsaufbau nachdenken und die richtigen Strukturen dafür schaffen kann. Genau, und jetzt am Ende von diesem Video, wenn das jetzt eben auf dich zutrifft und du sagst, genau da passe ich rein, sagen wir dir jetzt, wie du konkret teilnehmen kannst. Noch mal ganz kurz zusammengefasst, was ist unser Versprechen an dich, was wollen wir denn Masterclass erreichen? Wir machen dich fit für den Vermögensaufbau mit Immobilien, kann man so sagen? Absolut. Wir helfen dir, renditisch starke Immobilien auch wirklich zu finden. Ja, und zwar mit allem, was dazugehört, das heute noch zu tun. Du kennst danach erfahrene Experten und Investoren. Ja, wir stellen dir das komplette Experten-Team hin, das du dir sonst aufbauen müsstest. Wahrscheinlich über Jahre, wenn es überhaupt gelingt. Du hast verstanden, wie erfolgreicher Vermögensaufbau mit Immobilien für dich funktioniert. Genau, das ist für jeden anders und deshalb musst du es in Gänze erstmal begreifen, um für dich das Richtige rauszusuchen. Du hast ein extrem wirklich enges Netzwerk mit Gleichgesinnten. Ja, eine Masterclass, die über die Masterclass hinaus bestehen bleiben kann. Genau, mit fünf wirklich engen Leuten und dann der Gruppe natürlich aller Teilnehmer der Masterclass. Ihr werdet unglaublich eng zusammenarbeiten. Du hast echtes Profi-Wissen getankt und kannst professionell auftreten gegenüber anderen Mitspielern in diesem Spiel. Ja, weil du hast zu jedem Thema das Wissen von demjenigen gelernt, der sich da wirklich drin auskennt. Ja, alles krass, merken wir selbst. Wir haben ja dieses ganze Wissen mittlerweile auch alles noch zusätzlich tanken dürfen. Es ist krass, wie erfahren man auftreten kann gegenüber allen möglichen Playern in diesem Immobilienumfeld, wenn man all dieses Wissen hat. Ja, und du hältst zu guter Letzt einen konkreten Plan in der Hand. Ja, ein roter Faden. Wir lassen dich nicht alleine mit irgendeiner Riesenanzahl von Videos, durch die du dich durchwühlst, sondern wir nehmen dich mit einem roten Faden, mit Meilensteinen an die Hand und führen dich mit all den Dingen, die wir im letzten Video erklärt haben, mit all diesen Bestandteilen der Masterclass, Schritt für Schritt in Richtung deiner ersten oder der nächsten erfolgreich gekauften Immobilie. Genau, also du bist genau an dem Punkt und hast eben zusätzlich noch den Plan auf Lebenszeit in der Hand, was du tun musst für deinen erfolgreichen Vermögensaufbau. Das alles und noch viel mehr ist unser Versprechen an dich, wenn du an der Masterclass teilnimmst. So, wir haben mittlerweile auch eine ganze Menge Fragen bekommen, Antworten auf die Umfrage und Fragen zur Masterclass. Und deswegen wollen wir in dem Video hier jetzt quasi kurz reingeschnitten, diese Fragen einfach mal beantworten am Stück. Wir fangen mal an, was haben wir bekommen? Hilft die Masterclass beim Immobilienfinden? Ich würde sagen ja, weil wir haben eine ganze Menge absolute Profis im Experten-Team, die wirklich aus der Praxis erklären können, wie sie selber das erfolgreich tun und dieses Wissen weitergeben. Ja, also ich frage einmal, unterschiedlichste Art und Weisen bekommen, logischerweise ist das der größte Engpass. Ja, das ist jedem bekannt, wie funktioniert die Objektakquise. Wir erklären verschiedenste Techniken, alles was zu On-Market, zu Off-Market, zu Wissen gibt, aber auch, und das ist eben der Punkt, wir erklären nicht nur die Techniken, sondern wir haben uns eben wirklich ein Konzept überlegt, wie kann man das tun. Und wir haben gerade die Masterclass in Mini mit jemand umgesetzt und zwar in zweieinhalb Tagen. Also wir haben jetzt zweieinhalb Tagen jemand begleitet, mit den gleichen Techniken aus der Masterclass eine Immobilie zu kaufen und der hat dann sieben Tage danach ungefähr dann wirklich auch eine Immobilie reserviert und ist jetzt quasi auf dem Weg zum Notar. Also ja, es ist der Kern des Programms natürlich, dass ihr lukrative Immobilien findet. Ja, das haben wir sehr oft bekommen. Mein größtes Problem ist Zeit. Wie soll ich jetzt auch noch Zeit für die Masterclass finden? Ja, also fairerweise, die Masterclass wird Zeit kosten. Das ist eine Investition in den Vermögensaufbau, in deinen Vermögensaufbau. Wir haben sie aber so gestaltet, dass sie sich perfekt in deinen Alltag integrieren lässt. Also du kannst selber entscheiden, wie viel Zeit du genau im Laufe der Woche und zu welchem Zeitpunkt investierst. Du kannst auch vor und zurück springen. Du kannst in einer Woche, in der du schon irgendwie mehr Zeit zur Verfügung hast, schon mal ein paar mehr Videos schauen, dich vorbereiten auf die nächste Woche. Wenn du an einem Webinar nicht teilnehmen kannst, dann kriegst du eine Aufzeichnung, kannst an irgendeinem Event nicht teilnehmen, kannst am Ersatztermin teilnehmen. Wir sorgen uns darum, dass es für dich in den Alltag integrierbar ist. Genau, also wir können dir eine Sache versprechen. Wenn du sagst, ich möchte Vermögensaufbau wirklich umsetzen, dann, also mit Immobilien, dann logischerweise kostet das Zeit. Wir versprechen dir, wir zeigen dir aber den schnellsten Weg, also den zeitsparendsten. Also ja, wir brauchen Zeit von dir, aber in Summe wirst du damit eine ganze Menge Zeit sparen. Ja, dann auch natürlich eine Frage, die Preise sind schon zu hoch. Macht es jetzt überhaupt noch Sinn? Ja, absolut. In unserer Community, in der Immocation Community, beobachten wir jeden Tag Menschen, die auch heute noch erfolgreich Immobilien finden und kaufen. Marco hat es gerade gesagt, auch genau jetzt und auch auf Immobilienscout gibt es lohnenswerte Immobilien zu finden. Es gibt auch eine Menge Wege, abseits von Immobilienscout zu suchen und zu finden. Genau die beschreiben und erklären wir dir in der Masterclass. Ja, du wirst von den Experten auch, und wir kennen die ja nun schon, verschiedenste Techniken kennenlernen, Herangehensweisen kennenlernen, wie machen die das, dass sie heute eben, wie haben sie ihre Strategie noch angepasst über die Laufe der Zeit? Wie kann man das eben heute machen, dass man jetzt bei dem aktuellen Preisniveau von Immobilien noch lukrativ Immobilien für sich kaufen kann? So, einen kleinen Hustenanfall von Stefan, später sind wir wieder da und beantworten die nächste Frage, und das ist auch gleich seine Lieblingsfrage. Die Leute fragen, ob auch Steuerthemen abgedeckt sind. Ja, ich hatte einen unglaublichen Spaß an diesen Drehtagen. Ja, natürlich, wir haben einen absoluten Steuerprofi, also einen Steuerberater, Geschäftsführer einer Steuerberatungsgesellschaft im Experten-Team, der das Thema von den Grundlagen bis zu den ganz großen Themen wie Vermögensverwalt der GmbH und solchen Dingen mit uns gemeinsam durchgegangen ist und haben das alles im Videokurs, haben den auch in den Webinaren, haben den in der Wissensdatenbank, also absolut ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Nächste Frage, bekomme ich auch Unterstützung beim Kauf und der Bewertung von Immobilien? Ja, absolut. Also erstmal erfährst du eine ganze Menge darüber natürlich in dem Videokurs. Du hast dauerhaft Zugriff auf den Kurs, kannst also auch immer wieder, wenn du in der Situation bist, in die entsprechenden Lektionen springen, dir Dinge noch einmal anschauen. Du bekommst Zugriff auf die ganzen Ressourcen und Checklisten, die die Experten und wir in der Praxis wirklich nutzen. Du kannst in Webinaren Rückfragen stellen, du hast Einzelcoachings, wo du ein konkretes Objekt einem Experten vorstellen kannst und du kannst auch noch Fragen in der Wissensdatenbank stellen und Antworten, die dort vorher schon waren, lesen. Also du hast unglaublich viele Möglichkeiten, ganz konkrete Unterstützung bei diesen Themen zu erhalten. Genau, das ist absolut die Idee. Wir wollen das wirklich umsetzbar für dich machen und deshalb gibt es eben auch den 24-7-Support. Dort kannst du sagen, so ich brauche jetzt Unterstützung und dann holen wir den Experten ans Telefon, den du gerade brauchst, um deine Entscheidung zu treffen. Ja, funktioniert das Programm auch für Generationen, für Alter 50 plus? Ja, absolut. Also erstmal ist ja der Kauf einer Immobilie der gleiche, ob ich jetzt Mitte 20 bin oder ob ich Mitte 50 oder 60 bin. Das heißt erstmal das ganze Wissen rund um den Kauf einer Immobilie als Kapitalanlage ist ja exakt genauso wichtig und genauso richtig. Was da natürlich einen Unterschied macht, ist, wie du vorgehen musst bei der Finanzierung, welchen Zeithorizont du hast, wie du das Ganze für dich strukturierst, um dann dein Ziel möglicherweise eben passives Einkommen zum Ruhestand, der dann nur 15 oder 20 Jahre entfernt ist, umzusetzen. Diese Details sind dann natürlich unterschiedlich, aber genau dafür haben wir wieder die Experten im Team, die sich mit diesen Fragestellungen auskennen und dir ganz konkrete Wege für deine individuelle Situation zeigen können. Genau, sehr relativ banal, simpel bei einer Frage der Tilgung. Wenn ich das einfach ein bisschen höher einstelle, bin ich schneller fertig. Das heißt, ich kann Geld, das ich heute habe, auch sehr, sehr viel kurzfristiger, quasi umwandeln in passives Einkommen und so funktioniert das. Und genau das, wie man das macht, eben logischerweise, ist im Detail in der Masterclass dann auch behandelt. Ja, bekomme ich quasi Einblicke in echte Immobilieninvestitionen? Wir haben das am Anfang ja auch immer haben wollen, weil so echte Praxisbeispiele, ich nehme es mal vorweg, ja. Ja, ohne Ende, ohne Ende. Wir haben quasi... Richtig ohne Ende. Ja, wirklich ohne Ende. Wir haben quasi jeden von den Experten nach seinen eigenen Investitionen befragt, sind Stück für Stück durch die Wege gegangen. Wie haben Sie die gefunden? Wie haben Sie die Kaufentscheidung getroffen? Wie haben sich die Immobilien hinterher entwickelt? Welche Sanierungsmaßnahmen haben Sie gemacht? Wie sind Sie mit den Mietern umgegangen? Wir schauen uns auch gemeinsam Immobilien an im Besichtigungsmodus. Wir schauen uns Beispielkalkulationen an. Wir schauen uns Sanierungspläne an. Also ohne Ende Praxis. Ja, einen richtigen Haufen reale Beispiele von der kleinen Wohnung bis zum großen Mehrfamilienhaus. Also wirklich quasi die Bestände von erfolgreichen Investoren sozusagen offengelegt und wirklich reingeguckt. Und zwar Immobilien, die Sie dieses Jahr gekauft haben oder die Sie vor zehn Jahren gekauft haben. Ist wirklich alles enthalten. Ja, wie arbeite ich denn dann? Das ist die Frage, die auch ein paar Mal kam. Wie arbeiten die Teilnehmer mit uns und mit den Experten zusammen? Ja, auf verschiedenste Art und Weisen. Also im Videokurs natürlich habt ihr jederzeit Zugriff auf die Experten. Ihr werdet dann an Webinaren teilnehmen, in denen die Experten ein Thema vertiefen und auch Fragen beantworten, also Rede und Antwort stehen. Die Experten arbeiten alle zusammen in der Wissensdatenbank. Wenn du dort eine Frage stellst, dann bekommst du garantiert eine Antwort aus dem Experten-Team. Du hast Telefonjoker, um Einzelgespräche mit den Experten zu führen. Du lernst sie auf dem Live-Event persönlich kennen. Also jede Menge Interaktion. Und falls du aus irgendeinem Grund irgendwo mal ins Stottern kommst, dann hast du jederzeit Zugriff auf das Support-Team, das den entsprechenden Kontakt herstellt oder dir den richtigen Weg zu den Experten aufzeigt. Ja, nächste Frage. Bekomme ich wirklich lebenslangen Zugriff? Ja, einmal auf alles, was heute in der Masterclass ist, also den Videokurs, wo du immer wieder Dinge nachschauen kannst, auf alles in der Wissensdatenbank, auch alle Fragen, die in der Zukunft beantwortet werden, auf das Webinar-Archiv. Insbesondere bekommst du aber auch Zugriff auf alles, was wir der Masterclass in Zukunft noch hinzufügen. Wir haben heute schon jede Menge Drehtermine mit weiteren Experten zu weiteren Themen vereinbart. Das wird in der Zukunft alles noch mit aufgenommen werden und du hast lebenslang Zugriff auf eben alles, was neu dazukommt. Ja, also wir glauben, wir haben dieses Jahr das größte Immobilienwissensarchiv, das es überhaupt heute gibt, schon erschaffen. Wir versprechen aber hier und jetzt, dass wir es definitiv erschaffen werden. Sollte es das noch nicht sein. Also wir machen einfach nahtlos weiter. Ja, ja, es gab nicht, okay, wir haben hier ein fertiges Produkt in sich produziert, sondern wir stocken das Experten-Team permanent auf. Wir wollen auch mit der Zeit die Möglichkeit haben, mehr Teilnehmer in die Masterclass zu holen. Allein deshalb brauchen wir immer mehr und mehr Experten. Die haben natürlich dann selbst eigene wichtige Erfahrungen gemacht. Die haben eigenes wichtiges Wissen. Das werden wir aus denen rausholen. Extrem hochwertig aufbereiten und dann eben wieder in die Masterclass packen. Und ja, ein Leben lang, was wir in dieses Archiv packen, steht den Teilnehmern zur Verfügung. Ja, wie stellen wir sicher, dass die Teilnehmer, das ist eben logischerweise für viele auch ein sehr, sehr großer Punkt, wie stellen wir sicher, dass auch wirklich ein Netzwerk entsteht? Auf viele Art und Weisen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, glaube ich, die Verknüpfung untereinander. Das heißt, jeder Teilnehmer, du wirst Teil einer kleinen Mastermind-Gruppe. Zusammen mit vier anderen bringen euch zusammen, bearbeitet ihr während dieser Masterclass, während dieser 90 Tage gemeinsam Aufgaben und ihr macht gemeinsam Fortschritt auf eurem Weg zum Vermögensaufbau mit Immobilien. Das organisieren wir zentral, damit das auch auf jeden Fall zustande kommt und wir unterstützen euch auch bei der technischen Umsetzung. Darüber hinaus baust du natürlich ein Netzwerk zu den Experten auf, weil du hast immer wieder Berührungspunkte mit denen, bis hin zu Einzeltelefonaten und Einzelcoachings, wo du wirklich im 1 zu 1 die Experten kennenlernst. Und sowohl deine Mastermind-Teilnehmer als auch die Experten triffst du dann am Ende auch noch auf dem Live-Event, wo ihr miteinander arbeitet im Workshop-Modus an den Herausforderungen, die ihr gerade habt, gemeinsam Fortschritte macht und dann auch noch einen lustigen Abend zwischen den beiden Tagen habt, wo ihr euch intensiver kennenlernen könnt. Ja, also aus meiner Sicht der wichtigste Punkt ist dann wirklich das Live-Event. Natürlich machen wir dann irgendwie sowas wie eine Facebook-Gruppe, wo eben eure Gruppe der Masterclass-Teilnehmer nur drin ist, damit ihr da einen intimeren Raum und Austausch, sozialen Austausch quasi noch habt, also unabhängig von irgendwie Wissensdatenbank. Aber dann ist aber das persönliche Kennenlernen, das ist wahrscheinlich der größte Hebel auf das Thema Netzwerk. Und wie Stefan sagte, das intensive Zusammenarbeiten bis dahin gipfelt dann sozusagen in dem persönlichen Kontakt, den ihr dann auch für immer haben werdet, logischerweise. Warum geht die Masterclass 90 Tage? Ja, weil das, also wir hätten es natürlich auch versuchen können, in 30 oder 60 Tagen zu pressen, aber unserer Meinung nach braucht es für diese Fülle an Inhalt ungefähr diese 90 Tage, um einerseits das theoretische Fundament zu schaffen, also wirklich zu verstehen, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert und wie man das erfolgreich umsetzen kann. Insbesondere parallel dann aber auch wirklich die praktischen Umsetzungsschritte zu gehen, weil am Ende der Masterclass soll es ja nicht nur eine Menge gelernt haben, sondern wirklich Vermögensaufbau mit Immobilien betreiben. Genau, also viel kürzer geht nicht, ist einfach die Fülle zu groß. Und viel länger, also ein Jahr oder so, macht aus unserer Sicht keinen Sinn. Da verliert man einfach die Traktion, ja, das zieht sich dann zu sehr auseinander, soll ja eben ein Kickstart sein und wirklich in die Umsetzung führen. Ja, dann war noch die Frage, wie viele Leute wir zulassen für unser First Mover Programm, also wenn jetzt die Bewerbungsphase eben heute öffnet, wie viele können sich, wie viele werden denn an diesem Programm teilnehmen können? Die Antwort ist 50. Ja, genau 50. Das First Mover Programm ist der erste Schwung an Teilnehmern. Wir können nicht beliebig viele in so ein Programm reinnehmen, das so aufgebaut ist, wie die Masterclass aufgebaut. Die First Mover haben den Vorteil, dass sie auch noch weniger bezahlen. Ja, und irgendwann werden wir das Programm dann für die zweite Welle an Teilnehmern wieder öffnen. Ja, und noch ganz kurz, wann findet das Live-Event statt? Wurde natürlich auch ein paar Mal gefragt. Also eben für diese erste Welle jetzt wird das im März stattfinden. Den genauen Termin geben wir dann bekannt, bedeutet aber nicht, weil es wird mehr Durchlaufe durch das Programm dann später geben. Bedeutet nicht, dass wer jetzt unbedingt an diesem Termin nicht kann, dass er nicht teilnehmen kann, sondern er darf dann natürlich an einem späteren Event teilnehmen. So, wenn du dich jetzt bewerben möchtest, unter diesem Video findest du einen Link. Klicke bitte da drauf und bewirb dich. Vorab nochmal kurz die Frage, warum muss man sich jetzt bewerben auf das Programm? Ja, das kam vielleicht rüber, als wir das Programm im letzten Video beschrieben haben. Da sind sehr, sehr viele Elemente dabei, wo eben wirklich die Experten eine aktive Rolle spielen, wo wir dich wirklich an die Hand nehmen. Es gibt ein Live-Event. Wir können und wollen nicht beliebig viele Leute in dieses Programm lassen. Da würde die Qualität darunter leiden. Und wir könnten nicht mehr sicherstellen, dass wir wirklich jeden Einzelnen so gut wie irgendwie möglich an die Hand nehmen und durch dieses Programm führen. Deshalb sind die Plätze begrenzt einerseits. Andererseits ist uns auch wichtig, wir wollen nur Teilnehmer in dieses Programm aufnehmen, die wirklich das Thema Vermögensaufbau mit Immobilien umsetzen wollen, die auch die Startbedingungen dafür erfüllen, das nötige Eigenkapital mitbringen und ja wirklich diese Entscheidung getroffen haben. Auch da wieder, weil sie sonst möglicherweise den Platz blockieren für jemanden, der es wirklich umsetzen will. Und aus den Gründen ist uns eben wichtig, dass wir dich ein bisschen kennenlernen, bevor wir eben den Platz für dich reservieren. Und deshalb gibt es einen Bewerbungsprozess. Genau, ist auch nicht allzu viel Arbeit, aber ist eben genau aus dem Grund wirklich wichtig. Wir wollen wirklich helfen. Wir wollen wirklich Leute dahin bringen, dass sie Vermögensaufbau mit Immobilien betreiben. Und deswegen ist es wichtig, dass es einfach gegenseitig auch passt. Deshalb bitten wir dich ein paar Minuten zu investieren, wenn du Lust hast auf das Programm und die Bewerbung auszufüllen. So, auf was bewirbst du dich jetzt hier? Du bewirbst dich jetzt und hier heute auf das First Mover Programm. Du gehörst also zu dem allerersten, zu dem ersten Kurs, der durch dieses Programm läuft. Das Programm, das First Mover Programm ist deutlich reduziert im Preis, aber damit geht einher, dass du uns versprichst, uns Feedback zu geben. Ja, wir wollen gerade von den ersten Teilnehmern extrem viel lernen, extrem eng zusammenarbeiten, um wirklich rauszubekommen, wo wir vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube das Programm noch verbessern können. So, jetzt ist dieses First Mover Programm dann natürlich auch irgendwie limitiert. Es gibt da jetzt erst recht nicht unendlich viele Plätze für. Das ist jetzt offen und sobald eben dieses Programm gefüllt ist, also wir die Anzahl an Teilnehmern erreicht haben, die wir in dieser ersten Runde bedienen können, schließen wir auch die Bewerbung wieder. So, also bewirb dich jetzt. Dauert wie gesagt nur ein paar Minuten. Was passiert dann? Wir machen mit dir einen Termin aus. Einen Termin, in dem wir uns dann irgendwie so 30 Minuten unterhalten und einfach persönlich wirklich mit dir abklären, ob eine Teilnahme für dich an dem Programm Sinn macht, ob das das Richtige ist für dich, ob es auch aus unserer Sicht Sinn macht. Und wenn wir dann beidseitig sagen, ja, das macht Sinn, dann lassen wir dich noch am selben Tag wirklich zu auf die ganzen Systeme. Du kannst schon anfangen, Videos zu schauen, Fragen stellen in der Wissensdatenbank, du kriegst einen Webinarplan und es geht dann aber wirklich los in das Programm. Du kannst dir das Live-Event einplanen. Wenn du da nicht kannst, es gibt dann mehrere davon, da hast du auf jeden Fall, dass deine Teilnahme sichergestellt ist. So, also bitte bewirb dich jetzt, wenn du Vermögensaufbau mit Immobilien wirklich umsetzen möchtest und wenn du verstehen möchtest, wie du auch heute noch erfolgreich Immobilien findest und kaufst. Wenn du dein Leben verändern möchtest und zwar langfristig und dich unabhängig machen möchtest von traditionellen Einnahmequellen. Und wenn du dich vernetzen möchtest mit anderen Gleichgesinnten, mit denen du gemeinsam dieses Thema für dich umsetzen kannst. Genau. Und jetzt bleibt nur noch eine Bitte. Unter uns ist der Link für die Bewerbung. Bitte unter das Video gehen, auf den Link klicken, bewerben und wir freuen uns auf dich. So, wir nochmal. Wir wollten euch nur sagen, ihr solltet euch unbedingt jetzt bewerben. Ja, weil jetzt habt ihr noch die Chance, am First Mover Programm teilzunehmen und die Plätze sind begrenzt. Danach gibt es leider erstmal nur eine Warteliste. Ja, und erinnert euch, First Mover Programm bedeutet, ihr gebt uns Feedback. Dafür ist aber das Programm stark reduziert. Und falls wir es noch nicht erwähnt hatten, der Link zur Bewerbung ist unter dem Video. Bis zum Video. Bis zum nächsten Mal.